Die Ansage an die Welt, die Ansage an das Imperium, die Ansage an die News, das ist die Ansage an alle, die das System bolkontieren, die das System schreinern wollen, die nicht verstehen, wie es wirklich weiter geht. Mögt ihr das, was ihr seht, oder mögt ihr es nicht? Gebt eure Stimme im Jahre 2015 den Richtigen. Redet nicht, tut es, macht es. Seid allzeit bereit, seid wachsam. Ignoriert das Thema. Macht es nicht zu eurem Eigen. Seid allzeit bereit und lasst es nicht zu, dass dieses hier von uns geht. Ja. Ja.